Das Museum ist in der ehemaligen Villa Casalette untergebracht, einem Bau aus dem 19. Jahrhundert im Stil der italienischen Neo-Renaissance. 1992 ergänzte man den Museumsbau um einen modernen, lichtdurchfluteten Neubau. Das Museum zählt zu den größten städtischen Museen Deutschlands. Den Grundstock der Sammlung legte eine Schenkung von 104 Gemälden, die der Aachener Sammler Barthold Syrmont Ende des 19. Jahrhunderts dem ortsansässigen Museumsverein vermacht hatte. Hinzu kam 1977 eine Sammlung, die der aus Koblenz stammende Peter Ludwig gemeinsam mit seiner Ehefrau Irene, geborene Monheim, nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut und dem Syrmont Museum vermacht hatte. Seither firmiert das Museum als Syrmont Ludwig Museum. Das Museum verfügt heute über einen Bestand von 1500 Gemälden und ca. 10.000 Grafiken. Darunter finden sich flämische, italienische und spanische Meister aus dem 14. bis zum 20. Jahrhundert. Die Sammlung wird ergänzt durch 700 Statuen aus der Zeit zwischen dem 12. und dem 16. Jahrhundert. In der Kunstkammer finden sich Gegenstände, die Aachener Bürger in ihrer Sammelleidenschaft aus allen Teilen der Welt zusammengetragen haben. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel-Mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.